Hallo meine Lieben, ich bin's wieder! Eure Alice. So, ich darf euch zu einem neuen Video begrüßen und zwar, ich tue das, was die ganzen Männer auf YouTube tun. Ein Unboxing-Video! Seht hier, es ist sehr schön eingepackt. Es handelt sich hierbei um das Format Geschenk. Um es genauer zu sein, Geburtstagsgeschenk mit einem Schüssel Schmetterling, mit den Schriften herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mit zwei Geschenkpapier, Bändchen, Aufkleber und einer Blume. So, dann öffnen wir es natürlich ganz sanft und vorsichtig, weil man weiß nicht, was drin ist. Aber wie man hier schon sieht, es ist sehr gut eingepackt, das heißt, ich brauche eine Schäle. So, nachdem ich als Frau natürlich ein Nagel-Etui immer bei mir trage, haben wir hier auch ein kleines Nagelschärchen. Und damit öffnen wir jetzt das Paketband von diesem Geschenkpapier. So, und hier ist es schon mal sehr gut verpackt, ne? Und jetzt kommt's. Oh, wir machen mal etwas Schleichwerbung für eine Kamera. Wir haben jetzt hier die neue Casio X-Film EX-ZR500. Nein, natürlich nicht, das ist nur nochmal ein Paket. So, natürlich geht's auch einfach. Und da haben wir nochmal ein Paket drin. Manche Leute sind halt tollpatschig und lassen Geschenke fallen. So wie ich zum Beispiel. Derjenige wusste schon, wieso es alle angepackt hat. Und in dem Paket haben wir ein Luftpolsterkissen. Achtung! Das heißt, das Geschenk ist natürlich super geschützt. Und natürlich haben wir ja schon unser Nagelschärchen. Ich klebe das mal fest. Ich glaube, die Schere wird mich hassen. Ich werde mein Geschenk hoffentlich lieben. Ist schon mal sicher verwahrt. So, und natürlich nochmal eine Verpackung. Von Swarovski. Und diese öffnen wir nun. Und hier drinnen sehen wir eine Swarovski-Chich-Surricat-Disney. Und Tim Burton, die Grinsekatze. Dankeschön, das war's auch schon. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!